Was für was geht, Leute? RaymusXX Video, Leute, mit unserem Übermann und Prototyp. Beide englisch, aber immer noch macht es mir Spaß. Guckt unseren GTA-Gewinnspiel, Leute, an, wird unten verlinkt oder oben wird jetzt eingeblendet oder am Schluss, Ende des Videos, Leute. Gibt euch unser Gewinnspiel, Leute. Dankeschön. Ja, also, das ist das dritte, zweite Video, was ich mir an diesem Tag jetzt aufnehme. Ja, ich hoffe, jetzt reiße ich mal wieder was. Dann kann man daraus ein gutes Video machen. Wart, wir sind ganz heuer, hier gibt's was Gutes. Mit Maestro, das ist echt gut. No, leave the lobby! Safety, safety. Give me cookie. Lolli. Jawohl, ganz gut. Shut up! Shut up, you kitty! I fuck you, doctor! You lose! I suck you, mom! Warte, ich lutsche deine Mutter? Yes, thanks, nigga, thanks! I fuck you, mom! Yes, thanks, nigga, thanks! I have my loli-rum! 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 Guess what? You who? Guess what? You who? Guess what? Ah, er hat zugegeben! You are a Cracknutte! Not the, ah! Ah, er hat zugegeben! Secure the room. We need to protect the biohazard container. We need to protect the biohazard container. We need to protect the biohazard container. I don't want to protect him. Ihr fragt euch, was mache ich da? Ja! Zu helfen? Schade, ich habe erwartet, dass die hier hochkommt. Und als Notfall... WTF?! Der hat mich erschreckt! Komm zur Seite, sie kommen! Geh wieder raus, komm! Anvil, du wirst doch nicht mehr! Du schaffst es nicht! Der rafft es nicht! Was ein Typ, der rafft es nicht! Nee, ist schlimm! Kann auf mich, kann auf mich! Wo sind die? Wo sind die? Ich habe erwartet, dass die von dort kommen! Hacker! Der ist nur unser Team und ich sage Hacker! Eigentlich... Eigentlich... Ich habe die Strauß platziert, wenn zum Beispiel... Hibana oder Thermite kommt! Die Ladung kann ich direkt zerstören! Deswegen platziert sie auch meistens draußen! Also bei manchen Maps! Also hier war es gerade gut! Aber da war irgendwie keiner, das hat mich irritiert! Normalerweise würden sie auch so von dort aus reingehen! Da war trotzdem keiner, das mich irritiert! Da war es nicht! Da war es nicht! Da war es nicht! Sack meine Lollipop, Peach! Da war es nicht! Was? Du hast? Was? Vollidiot, Alter! Warum kicken sie dich nicht? Oh Mann! Ich habe das viele Lollipop! Ich bin mir im Schloss mitgelebt! Ich habe das viele Lollipop! Milze? Mit? 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 Ich verstehe nicht richtig! Nein Kapberger! Lasst mich in Ruhe! So, Kapka. Ja, Möchteckwitz. Schade. Blackbird wird noch weiter genervt, wie ich gehört habe, Leute. Das ist ein Nachteil wieder. Warum nerften sie immer Blackbird, alle? Blackbird war am Anfang aber okay, gebe ich auch zu. Am Anfang war er übeln stark. Das gebe ich zu. Der war übertrieben stark. Sogar ich fand, der war saustark. Der stärkste Operator, den ich je gespielt habe. Am Anfang war er richtig stark. Das Kamai war nicht beschränkt wie stark. Der war zu stark. Der war stärker als Black, wenn er mit seiner Schrot kommen würde. Stärke. Viel Stärke. 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 Eine Zeit. Nehmen wir an. Was ist das? Seht ihr das auch? Okay, das fand ich sogar gerade komisch von dem. Nein! Mimme Koki! Ihr seid Englisch? Nein! Nein! Ich bin Englisch! Halt dich, Fresse! Warum? Ihr seid Englisch? Ich bin deutsch und äh... Du möchtest nicht meinen Kuchen. Übermann, du bist Deutsch mit deinem Namen. Übermann, du bist Deutsch, dein Name. Ich kann nicht Deutsch sprechen. Übermann, du bist Deutsch. Ich kann nicht Deutsch sprechen. Ihr Name ist Deutsch. Übermann ist in der Fahrt. Übermann? Ich bin deutsch. Was, ich bin deutsch? Ich bin deutsch. 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 Wir müssen den Biohazard-Detainer schützen. Der Wimmel und Weiß machen, dass er nicht Deutsch ist, Digga. Naja. Zumindest wir nochmal besser platzieren, Digga. Der will mir das echt weiß machen. Keiner. Scheiss, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich nachladen. noch einen hier platzieren oh noch eins ich weiß wo schnell 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 rennen 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 wir haben Glück am Schaffen der ist noch schnell renn renn n ich hab zu lange gebraucht wie früher aber egal noch einmal hier so back here back here nach 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 was war das ob der jemand auf mich geschossen hätte krass das war genau so ein schuss so warte die sind alle oben irgendwie obwohl das nicht mehr nicht das kann niemals sein was ist das für ein komisches gegner-team dass die einfach oben sind das ist sogar für mich neu ich fahne ich fahne tätsche achso das klett einiges oh mein ja 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 ich hab richtig ich mach das nicht weiter ok ok ja weiter nu kam wache Okay, das ist krass. Shut up! Hoffentlich hat euch das Video gefallen, Leute. GTA, Leute, Gewinnspiel, Leute, unten verlinkt oder eingeblendet irgendwo. Macht mit, Leute, nur an alle meinen Abonnenten. PC, Leute, PC, unbedingt merken PC. Nur alle meine Abonnenten können mitmachen. Die nicht abonniert haben, müssen abonnieren und dann erst mitmachen können die. Hoffentlich hat euch das Video gefallen, Leute. User disconnected from your town. Also, der Typ, der tut mir auf mich gerade. Schade. Hoffentlich hat es euch gefallen, Leute, das war...